Willkommen zu einer neuen Folge Profi Soccer Heute geht es gegen den TSV 68 München Wir nähern uns immer und immer mehr den Songfinale und den vorstehenden Aufstieg in die erste Liga Heute haben wir erstmal ein Auswärtsspiel im 1914 Wir sehen uns erstmal wieder die Ausstellung an Nein worauf geh ich denn gerade? Da wollen wir nicht hin, wir wollen auf die Aufstellung Ich hab die Tabelle Pocho ist nicht gut drauf Der ist dem Paunus an seine Stelle So ohne kann er erstmal so bleiben Mein Toptor Schütze ist super in Form Das ist eine gute Meldung Und lassen wir heute mal einen anderen ran Sascha Kirchstein Das Torhüten Oh, da haben wir mal gleich Siege grunden Der war mein letztes Spiel mein Man of the Match Und mein Matchwinner Also geben wir ihm Erneut die Möglichkeit sich zu beweisen Also sich vor allem verdient Ja Und sonst ja, sonst ist es gut Nächstes Spiel So So Ah, heute in der Allianz Arena Ja, wir haben alle Tabelle Äh, andere Ich nehme an das grüne Trikot So, kann losgehen Ah, wie ein Abendspiel Da haben sie alle ins Stadion Auf dem Platz Und jetzt Die Treppe hoch Ja, oft sieht man mich jetzt nicht in den grünen Trikots Das ist auch glaube ich erst das zweite Mal Dass ich in den nativen Trikots spiele Ah, da war auch was oder? Ja Oh Gott, grüne Ja Zeig schon mal gleich die Richtig giftige Wirkung Oh und da siege ich sofort zurück Ey, völlig unerwartet Ja Boah, gut gemacht Er hat gut getroffen den Ball Jetzt muss er den schon Zu guter halten Den Den Rahmen Den hat er echt gut getroffen Aber nicht verzagen Wir machen das schon Ja, gut Mal so Aber die machen auch nicht Druck da Die stellen auch nicht die Spießwäge zu Das wird Heute ein schweres Spiel Das sehe ich schon Müssen wir uns was passendes einfallen lassen Wie wir den ganzen Unser Stempel aufdrücken können Wie wir den ganzen Unser Stempel aufdrücken können So Gut, tolle pass Ja, ehrlich Na, nicht die hohe Variante Hätt ich nicht machen sollen Aber hier bleiben wir bald Wir bleiben mal bald Miatke, Miatke Schieß Und Oh, fast Beinah Der war echt klar Ja Mh Mit der holung Ecke Fast noch in die kurze Ecke reingesenkt Aber wir legen noch nur eins zurück Gut Hast du gut geholt Hast du gut geholt Hast du gut geholt Paolo's Komm mit 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 Geh mit Ja Nicht ihn jetzt aus Schließt den aus Mann Genaue Presse bitte Wir wollen ja Wir wollen ja schließlich ja in der ersten Liga spielen Dann kommen wir mit so einem Pässen Eben nicht weit Wir müssen uns schon mit Klasse Und schon Namen machen, ne Klasse auffallend Oh, was ist denn Schießt denn drauf Scheiße Und mit solchen Bogen fessen Geben wir uns kein gutes Bild Kein gutes Bild ab Oh Und und Oh Boah Das war haarscharf Und Das war ja da Was Ja 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 Boah, ist klar, der hat mich geschobst, das ist ein Foul. Komm, komm, Druck, und Druck. Boah, die lassen mich immer öfter stehen. Diesmal bin ich im blauen Punkt da auf der Karte, ok. Ja, perfekt. Hoppa, hoppa, diesmal kann ich nicht rein, glaube ich. Es ist aber noch genügend Zeit, um ein Tor zu machen. Also, wir fallen jetzt nicht um den Druck. Wir weisen jetzt Geduld. Wir machen das noch. Ich habe das Vertrauen, mein Team, dass wir hier noch die Schalter umlegen können und eins noch drehen können. Also, haben wir bisher bewiesen, dass wir es könnten. Es ist auch in dem Spiel möglich. Und drinne. Ah, das war nicht gut. Aber, na, war nur unterwegs. Ah, ist so kurz. Boah, das... Okay, da wird nicht gut um mit den Möglichkeiten. Das ist alles ein bisschen kläglich und... bemüdend, dass ich hier spiele. Da ist kaum... Kaum Struktur drinne im Spiel. Okay. Ja. Täuschig an. Boah, dann musst du ja das jetzt alle machen, oder? Ne, gut. Sekunde, Mann, du musst doch auch starten und dich stehen bleiben. Ich gehe mit 0 zu 1 in die Pause. Na, Sekunde, da muss ich dich leider jetzt doch verprellt nehmen. Trotzdem nicht nochmal aufrufen, um deine starke Form aus dem Kopf erst zu spielen. Da habe ich doch wohl zu sehr geloopt. Ja. Und das. Doppelpass, doppelte Doppelpass. Zurück. Oh, lange Flanke. Jetzt eine Flanke rein. Komm, nimm an. Na, komm, entgegen. Wir müssen auch entgegen gehen. Immer warten, bis die Bälle zu einkommen. Komm, die hast du. Werte. Werte. Wechsel. Mach mehr, mach mehr, mach mehr. Ich habe Platz hier dazwischen. Durchgehen. Genau. Oh, das wird verrückt. Oh, gefährlich. Mal weg. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ich habe mich nicht. Ich habe einen Eingang ausgeholt. Oh, gut. 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 Jah, meine abal. Was ist denn? Oh, gut. lange ja schön gleich die nämlich gleichen 3d schieb ich ein sind wir nicht gleich rein nein gegen hat sich gelöst nein auch ein elber oder abseits aus dem glück ich hatte schon gedacht eh wieder elf meter ja klar wenn er jetzt eh nur freuschuss gespielt oder es war gar nix gut warum muss aber gleich den spars spielen ich hatte lange schon rauf gedrückt ich muss nicht auf die brenn hier zurück was machst du denn ich muss mal ein alt mit der tor machen jetzt hier wird dann so eng umdruck machen weiß dann gar nicht wissen auch gar nicht wo die mehr hinspielen siehst du das fing ich schon zum fehlern ja genau noch mal was druck macht so leicht war ich dachte ich wollte nicht so leicht kommen wie geht doch man kann anspielen oh komm jetzt machen wir jetzt jetzt machen wir das oh komm im gegen ja oh oh fast da fast der tor ergeben aus dieser möglichkeit komm komm schieß und und oh oh den hat er sicher Ah, geht mir nicht geschlagen, geht mir nicht geschlagen, es gibt noch alles. Ja komm rauf! Nicht anhalten. Genau. Oh, nur mein Zuck. Und? Oh, noch immer alles weg hier. Nichts. Nein, das ist gefährlich, jetzt ist es gefährlich. Okay. Ich bin mit ihm, ich bin mit ihm, ich bin mit ihm, er kann da nicht passen. Und trotzdem, wer sei ich da? Boah, im Mann, hinterm Mann, das tust du doch nicht. Obwohl, ich lasse ihn stehen, ich lasse ihn stehen, das ist Platz. Gut, raus stehen lassen. Wieso denn zurück? Wollte ich doch überhaupt nicht, wollte ich hier direkt zu Banner-Tally. Was machst du? Nein! Boah, wollte es unterbrechen, den Pass. Oh nein, was mache ich denn da? Gut, ist alles gut ausgegangen. Was ist denn? Was ist denn das? Könnt ihr die Welle nicht anlegen oder was? Ihr seid zweitligaspieler, ihr seid Profis. Kann man, das kann doch eigentlich sein, das kann doch nicht sein. Und, und? Oh, was ist denn da? Wie kann man so auch Ball, den Ball nicht annehmen? Ach, das ist halt schon dilettantisch, ey, dieses Verhalten, das ist. So was kann man nicht, so was kann man nicht mal erbringen, so. Verliere ich wegen so einer Unfähigkeit hier, bei Mitspielern, dass sie nicht mal einen wöhnigen Ball annehmen können. Aber ist ja alles halb so schlimm, es bleibt ja ein sehr gewaltiger Vorsprung. Trotzdem bin ich... Hm, wieso springen ich denn mit dem Defiko gerade? Ist das? Ich bin doch noch in... ich bin doch noch bei... Das letzte Mal noch, ich bin doch noch eine Runde weitergekommen. Aber egal. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hat rein.